Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Meme's World Long Time No See habe ich mir überlegt, dass ich wieder mit einem Video starte, in dem es um Favoriten, Beauty Favoriten Oh Gott, jetzt habe ich voll gespuckt Okay Ich habe mir dann halt überlegt, dass ich jetzt einmal einsteige mit einem Video und zwar mit den Beauty Favoriten von Influencern oder YouTubern oder wie wir sie auch nennen wollen und dazu halt eine Review gebe, wie ich die Produkte finde Ja, ganz viel Spaß dabei Oh, nö Fangen wir an jetzt zum Beispiel mit dem Produkt von Semislimani Er hatte mal eine Kooperation, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hatte er die Sephora Grey Clay Mask oder beziehungsweise alle Masken von Sephora in dieser Form hatte er beworben und fand sie auch super toll und hat von denen total geschwärmt, dass sie einen super Effekt haben Dann habe ich mir gedacht, wow, wow, okay, teste ich mal und habe die für 5 Euro gekauft und dachte mir erst mal so, boah, 5 Euro, wie lange soll das halten? Da sind 35ml, hört sich jetzt erstmal wenig an, aber ich sage es euch, ich benutze es wirklich regelmäßig Also ich würde jetzt, okay, jetzt nicht einmal in der Woche, aber schon öfter Also ne, nicht mehr als einmal in der Woche Ich habe das bestimmt jetzt locker, diese Packung, bestimmt schon seit 3 Monaten, 4 Monaten ungefähr Und also ohne zu lügen, die ist noch halb voll, die Verpackung Und ich benutze die großzügig, also da ist wirklich noch extrem viel drin Aber die hält erstens für 5 Euro Und die erinnert mich extrem an die Heilerdemaske von DM Moment Die Heilerdemaske von DM, beziehungsweise von Luvos Da sind zwar 15ml drin, ich finde, die kann man auch locker auf 2 Male aufteilen Aber das ist schon extrem viel Aber von dem hier braucht man irgendwie nicht, also ich weiß nicht Es hält bei mir ewig, ich habe sie bestimmt schon oft benutzt Und ich finde, die Haut fühlt sich danach auch echt gereinigt an Fühlt sich gepflegt an, auch nicht so angegriffen oder ausgetrocknet oder so Also sie ist wirklich sehr, sehr, sehr gut Also da muss ich sagen, Sammy Slimani Sehr gute Empfehlung Also das könnte ich jetzt auch empfehlen Und würde auch sagen, das war jetzt nicht irgendwie nur Humbug und eine schlechte Werbung oder so Also ich finde es wirklich, finde sie gut Als nächstes, bleiben wir doch mal bei so Pflege Ich habe jetzt nicht genau einen YouTuber oder einen Influencer Der jetzt dieses Bioderma-Mizellenreinigungswasser empfohlen hat Weil es echt gefühlt irgendwie jeder Influencer war Es ist natürlich ein bisschen abgeklungen, es hat eine Zeit lang, ich glaube so vor einem Jahr oder so Hat jeder irgendwie nur noch darüber gesprochen Ich bin ein Spätzünder und habe das mir jetzt erst im Februar gekauft ungefähr Das ist ehrlich gesagt schon die zweite Packung Das hält auch ewig, das hält ewig Also ich benutze das nur als ersten Step Also es ist jetzt nicht meine Reinigung letztendlich Sondern ich benutze erstmal sowas Statt Reinigungstücher Weil ich finde irgendwie Reinigungstücher Ich habe so das Gefühl, die greifen irgendwie die Haut total an Und dafür benutze ich dann halt dieses Bioderma-Mizellenreinigungswasser Das ist extra für sensibler Haut Und das wirklich, das nimmt echt total die erste Schicht schon mal wirklich total gut runter Das geht wirklich, also es ist echt super Ja, da muss ich auch echt sagen Also da haben auch die ganzen Influencer wirklich nicht gelogen Es ist tatsächlich total gut, ja Könnte ich auch weiter empfehlen Dann als nächstes hat Tamtam Beauty Hat die Creamy Eye Treatment with Avocado von Kiehls empfohlen So sieht sie aus Die hat sie auch empfohlen und hat sie auch sogar als ihre Favoriten Erst vor kurzem in Videos gezeigt gehabt Und dann habe ich mir gedacht, okay gut, ja, testen wir mal Weil ich probiere gerne Augencremes aus Also ich hatte die ganze Zeit die von Kiehls Die hat sie, äh, von Clinique Die hat sie auch empfohlen Die habe ich dann auch gekauft, die ist auch super Dann habe ich jetzt halt, weil die dann von Clinique leer gegangen ist Habe ich mir gedacht, ja okay, kannst du nachkaufen Habe ich mir gedacht, kannst du auch mal nachkaufen Clinique war ja schon gut Dann habe ich jetzt auch diese Kiehls Creme gekauft Ich meine Anna Maria Damm Hat die auch in ihren Favoriten gehabt Und die ist wirklich super Die hält auch lange Wobei ich sagen muss, die von Kiehls hält länger Von Clinique, jetzt sage ich die ganze Zeit Kiehls Die von Clinique, finde ich persönlich, hält länger Die sind beide gleich teuer Aber die ist auch wirklich super Und die hat auch meine Augen total gut gepflegt Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne Und ich muss sagen, fühlt sich super an Und ich habe auch nicht mehr mit trockener Haut zu kämpfen Also die hier, wer Augenringe hat Und trockene Augen oder irgendwie so unter den Augen Alles so ein bisschen trockener ist Würde ich auch auf jeden Fall sagen Hier diese Kiehls Creme, Tantam Jura Hast du wohl empfohlen Als nächstes waren wir bei Kiehls Hat auch erst vor kurzem Ich glaube jetzt diese Woche Hatte Dagi Bee ein Video hochgeladen Und hatte ihre Abschminkroutine gefilmt Und hatte dann als Creme auch gelobt Beziehungsweise auch gesagt, dass sie sie regelmäßig benutzt Von Kiehls, die Ultrafacial Cream Da hat sie gesagt, dass sie sie auch jeden Abend glaube ich benutzt Oder jeden Morgen Ich bin mir nicht mehr sicher Müsste man das Video jetzt nochmal gucken Ich weiß es nicht mehr genau Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie sie jeden Tag benutzt Und sie total liebt und alles drum und dran Und auch mega Fan von ist Und auch schon seit Jahren Und ich muss sagen, ich hatte die jetzt auch Auch weil andere Influencer die empfohlen hatten Ich meine auch Anna Maria Damm Hatte die empfohlen Keine Ahnung, also wirklich etliche wieder Und dann hatte ich die auch mir dann mal gedacht Okay, weil ich auch noch nicht so zufrieden Mit meiner Abendroutine letztendlich irgendwie war Habe ich mir gedacht, hole ich sie noch zusätzlich zu meinem Serum Das ist eine super Kombination Also wirklich, ich benutze erstmal abends mein Serum Und mache das dann noch oben drauf drüber Es ist so super, wirklich Also meine Haut fühlt sich super gepflegt an Nicht überpflegt Super für trockene Haut kann ich das auch wärmstens empfehlen Also es ist wirklich top Man wacht morgens auf und richtig so aufgeplustert Und alles fühlt sich total toll an Also da muss ich auch sagen Dass Dagi Bee hier was Gutes empfohlen hatte Also oder hat Also das Video ist ja erst aktuell Also kann ich auch sagen super, super, super Als nächstes auch von Dagi Bee Aber das ist direkt von ihr Ja Sie hatte das Gut to Bee mit Schwarzkopf dieses Trockenshampoo auf den Markt gebracht Also das ist auch Fresh Bee So sieht das aus Das hatte ich mir Ich weiß gar nicht Ich habe halt ein neues Trockenshampoo gebraucht Habe mir gedacht Irgendwie war dann dieser riesen Aufsteller von Dagi Bee Mit diesem Salzspray Mit dem Trockenshampoo Und noch irgendwas meine ich Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher Oh, ein Hummel Oder eine Biene Naja Hatte ich dann Habe ich mir gedacht Kannst du dir ja mal kaufen Warum nicht Weil ich glaube ich hatte schon mal was von Gatubi Ein Trockenshampoo Das fand ich gar nicht mal so schlecht Da habe ich mir gedacht Komm Muss ich doch mal überlegen Riecht denn das? Ah genau Das riecht richtig, 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 richtig lecker Mega frisch Ich muss sagen Bei mir helfen viele Trockenshampoos nicht Ehrlich gesagt Ich weiß auch nicht Oder habe ich zufällige Haare Ich weiß es nicht Genau Also noch ein anderes Das ich super finde Aber ich muss sagen Das da hier Wenn man das benutzt Wenn die Haare leicht fettig sind Ist es super Also dann sehen die Haare auch wirklich aus Wie frisch gewaschen Wenn meine Haare schon dann so Also extrem fettig sind Und ich das benutze Fande ich das nicht so hilfreich Also wie gesagt Vielleicht waren dann auch meine Haare zu fettig Aber wenn sie leicht gefettet sind Und ich das dann halt benutze Als Trockenshampoo Ist es super Also das nimmt dann wirklich Diesen Fett auch Dieses Fett auch raus Die Haare fühlen sich nicht so ekelhaft an Sie sehen nicht so trocken aus Also Für leicht gefettigte Haare Finde ich es super Aber wenn man halt So extrem fettige Haare hat Wie gesagt Ist es nicht so hilfreich Aber ansonsten Ist es auch echt ein gutes Produkt Und es gibt es auch in der Druckerie Also das ist Und es riecht lecker Als nächstes Hatte jetzt vor kurzem Mrs. Bella ein Video rausgebracht Auch mit ihren Ich glaube Sommerfavoriten War das das jetzt Da wollte Hatte sie auch diese Origins Tinted Moisturizer Diese Tinted Moisturizer empfohlen Wollte ich mir bestellen Weil er einfach ausverkauft Mir so Supi Naja Werde ich auf jeden Fall Nächstes Mal versuchen Und sie Hatte Dann auch diesen Dior Lip Maximizer In die Kamera gehalten Hat auch gesagt Das ist ein Favorit von ihr Also Top, 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 top Und das hatte sie schon In vorherigen Videos Auch schon bereits erwähnt Genau Es sieht übrigens so aus Tolle Verpackung Sieht mega luxuriös aus Also hier ist dann auch so Dior so eingestanzt In die In das Glas Oder was auch immer das ist Und das da hier ist So leicht minzig Und prickelnd Auf der Auf den Lippen Wenn man das benutzt Also ich will es jetzt nicht benutzen Weil sonst wird dann Das so Rot Wie der Lipgloss Dann hier drin Aber ich ja Roten Lippenstift Um schwer zu erkennen Drauf habe Also das riecht Angenehm So Frisch Und minzig Und wenn man das halt drauf macht Dann prickeln schon die Lippen Total Und hat so ein leicht Pluseren Effekt Wie die von Too Faced Glaube ich Sind das Die Lipglosse Habe ich auch übrigens da Könnte ich gerne mal so einen Vergleich machen Aber ich muss sagen Wenn man jetzt Darauf aus ist Dass es das jetzt halt Weil wie es heißt So Lip Maximizer Und die Lippen jetzt so extrem Aufplustert Und man das nicht deswegen kauft Muss ich sagen Nee Ehrlich gesagt Nicht Das sind nicht die 30 Euro wert Weil Wenn es jetzt rein Um den Lipglosseffekt geht Also dass es einfach nur so So glossig Auf den Lippen ist Ganz ehrlich Da tut es auch Ein Lippenstift von Essence Also Also so ein Lipgloss Da muss man jetzt Keine 30 Euro Ausgeben für den Der ist toll Also keine Frage Der hat auch nicht so dieses Extrem klebrige Also Der ist schon extrem schön Aber ich weiß jetzt nicht Ob es diese 30 Euro Unbedingt wert sind Das muss man halt Für sich selber wissen Ob man halt Bock drauf hat Wenn man sich was gönnen möchte Aber Ja Muss man jetzt Nicht Aber der ist super Dann Was auch Total viele Immer in die Kamera hochhalten Habe ich bei Kamuschka gesehen Bei Jetzt auch bei Mrs. Bella Die hatte das jetzt auch Nämlich in ihren Sommerfavoriten Und noch irgendjemand Hatte das auch Also wie gesagt Habe ich auch schon öfter gesehen Bei mehreren Influencern Dieses Clarence Gesichtskonzentrat Das Bräuner machen soll Also Das ist auch nicht günstig Das mischt man sich In seine Tagescreme Oder Nachtpflege Und gibt sich das dann halt Gemischt dann auch Auf sein Gesicht Und dann wacht man morgens auf Und hat dann so Ein leicht gebräunter Ich muss sagen Das ist super Das tut wirklich Auch seinen Zweck Ja Also man wacht wirklich Morgens auf Und ist leicht gebräunter Das ist jetzt kein Krasser Selbstbräuner Wo man jetzt Extrem den Effekt Jetzt erwartet Aber Es tut schon seinen Zweck Aber Ich habe bei DM Jetzt auch schon Länger Etwas getestet Was ähnlich ist Beziehungsweise Genau denselben Effekt hat Und einfach nur Ein Bruchteil davon kostet Weil ich weiß gar nicht Wie teuer das ist Aber ich glaube 20 Euro Und beim DM Gibt es etwas Für 5 Euro Also wer Wer gerne wissen möchte Was es ist Gibt mir einen Daumen nach oben Dann kann ich gerne Das in einem anderen Video Gerne zeigen Welches Also was für ein Dupe ich dazu habe Wie gesagt Also das ist auch Eine Empfehlung Würde ich mir auch Ne würde ich mir nicht nachkaufen Weil ich hätte es von DM habe Also weil es genau so ist Und halt nur 5 Euro kostet Statt 20 Euro Und wesentlich mehr drin ist Aber vom Prinzip her Ist es schon Eine coole Sache Und eine Top Empfehlung Wenn Ich nicht das von DM hätte Ansonsten ist es super Und ich finde Das Prinzip auch toll Aber wie gesagt Das von DM ist halt günstiger Und tut genau dasselbe Also wie gesagt Gebt einen Daumen nach oben Dann zeige ich es euch gerne Auch Dagi Bee Mrs. Bella Ich weiß gar nicht wer noch Hatten das jetzt auch Empfohlen Beziehungsweise Sag dass das Boah Das ist noch dieses Sicherungsding Ich habe es nicht geklaut Nein Für den Sommer Dass das so Schön ist Und ich habe das dann auch Beziehungsweise Meine Schwiegermutter Hat mir das dann gekauft Das ist von Huda Beauty Aphrodite In der Farbe Der Body Highlighter 55ml Für 45€ Nur mal so Also so sieht es aus Schon die Flasche Sieht schon irgendwie Total luxuriös aus Aber ganz ehrlich Ich Das ist mehr Verpackung Als sonst was Aber Schon schön Ich Also auf den Beinen Ich weiß jetzt nicht Wie das jetzt hier Auf den Arm ist Und was es für eine Sauerei jetzt hier Gibt Ich habe eine lange Hose an Da macht das jetzt Weniger Sinn Aber Das muss ich jetzt noch zeigen Gott Auf meinen weißen Arm Sieht das Oh Sieht das gerade voll schlimm aus Das ist ein Flop Also auf meinen Brauen Beinen Sah das schon Schöner aus Gott Also Hab ich mir die falsche Farbe geholt Oh Fail ey Boah Das ist ein Fail irgendwie Aber Hä Das war Voll schön Auf Ja gut Ich habe das jetzt auch Echt beschissen Drauf gemacht Scheiße Ich hatte das jetzt als Woche Beziehungsweise wo schönes Wetter war Hatte ich das drauf Auf meinen Beinen Und meine Beine sind halt Bräner als Hier mein Innenarm Und da sah das Super aus Es sah echt schön aus Das hat halt Wenn man halt Wie gesagt Die richtige Farbe hat Es gibt ja mehrere Nuancen Das ist die mittlere Nuance Und Dann sieht es schon top aus Wie gesagt Ich weiß jetzt nicht Ob ich die 45 Euro Auch da Gerecht finde Aber Man muss auch dazu sagen Es gibt keine Alternative Jetzt in Den Druckerien Soweit ich es weiß Wenn ihr eine Alternative Zu so einem Body Body Shimmer Highlighter kennt Könnt ihr mir die gerne In die Kommentare schreiben Das würde mich total interessieren Ansonsten Das ist jetzt auch mal geschafft Das hält auch extrem gut Also wenn ihr dazu Gerne ein Video hättet Wie das auf den Beinen aussieht Die Dauer Wie lange das hält Und so weiter und so fort Kann mir auch Wie gesagt Auch gerne hier einen Daumen nach oben geben Dann kann ich auch gerne Ein Video Oder beziehungsweise So eine Review Zu dem Produkt geben Aber so an Erster Stelle Wie das Wie das empfohlen worden ist Also es ist schon Also es ist schon schön Es ist extrem teuer Aber es ist keine Verarschung Also es ist eine gute Eine gute Empfehlung Die auch hier wieder Influencer gegeben haben Muss ich ehrlich sagen Ist schon gutes Zeug Aber muss man auch da Halt wieder wissen Will man diese 45 Euro ausgeben Oder nicht Ja ansonsten Wie gesagt Sind es echt Gute Produkte Ich finde oftmals Wenn man so einen Influencer gefunden hat Den Wo man sich so mit ihm Identifizieren kann Mit ihr oder ihm Auch da wirklich so Drauf vertraut Sind meistens die Sachen Echt nicht verkehrt Also wirklich nicht schlecht Ich glaube ich hatte jetzt Von all denen Wo ich mir jetzt dann mal So auch dann was Nachgekauft habe Oder so Wurde ich eigentlich Nicht so enttäuscht Muss ich ehrlich gestehen Wie es jetzt halt so aussieht Mit diesen krassen Produktplatzierungen Wo dann halt irgendwelche Haarkuren und Haarmasken Und irgendwelche Pilchen Empfohlen werden Keine Ahnung Habe ich jetzt noch nicht getestet Aber weil ich halt auch nie So das Bedürfnis hatte Oder das Interesse An sowas hatte Aber wenn ihr gerne Bock auf so eine Art Video habt Wo ich diese Product Placements teste Könnt ihr mir auch Wie gesagt auch gerne Daumen nach oben geben Oder das in die Kommentare schreiben Und dann könnt ihr auch gerne Dazu ein Video drehen Ansonsten hoffe ich Dass ihr hierbei Viel Spaß hattet Es informativ war Und es euch gefallen hat Und da würde ich mich gerne Freuen wenn ihr gerne Mir einen Daumen nach oben gebt Und meinen Kanal Kostenlos abonniert Und folgt mir gerne Auf Instagram Mein Name ist hier Eingeblendet Hoffentlich Also wünsche ich euch Noch einen schönen Tag Und bis dann Ciao Tschaui